Jetzt spricht Cora Schumacher. Nach ihrem Dschungelcamp-Exit sprach sie ausführlich über ihr Affären-Geständnis über Oliver Pocher und dessen fiese Reaktionen darauf. Cora Schumacher. Ich sagte Olli klar, dass ich nicht lügen werde. Läuft wirklich etwas zwischen Oliver Pocher, 45, und Cora Schumacher, 47. Seit Tagen herrscht Rätselraten um das Liebesleben des Comedians und der, mittlerweile, Ex-Dschungelcamperin. Die Bild hatte kurz vor TV-Start der RTL-Show von einer heimlichen Affäre berichtet. Olli selbst witzelte die Schlagzeilen anfangs noch weg. Doch nachdem die 47-Jährige im Dschungel dann explizit seinen Namen nannte, und sogar zugab, sich so ein bisschen verknallt zu haben, baute er das Ganze kurzerhand in seine Liebes-Caspar-Show ein, und das nicht gerade in positiver Richtung. Immer wieder teilte er heftig gegen die Blondine aus. Kurz nach ihrem freiwilligen Dschungel-Exit wurden Cora Schumacher dann erstmals von RTL die entsprechenden Schlagzeilen gezeigt, woraufhin die kurz und knapp erklärte, da hat er aber nette Worte für mich gefunden, ja, ist halt Oliver Pocher. Ich brauche keinen Oliver Pocher. Ich brauche weder seine Schlagzeilen noch brauche ich seine Kohle. Ich habe Schlagzeilen genug durchs Dschungel-Camp. Wer hat was davon? Doch im Interview mit Bild kam die Blondine jetzt erneut auf das Thema zu sprechen. Es ärgert mich, dass man denkt, ich hätte das, die Affäre mit Pocher, A-N-M. D. Red. Verbreitet. Ich wusste, dass das Thema aufkommt, und sagte Olli klar, dass ich nicht lügen würde. Pikante Behauptung über Oliver Pocher, ein hervorragender Liebhaber. Damit scheint klar, dass Cora Schumacher offenbar bei ihrer Version der Geschichte bleiben wird. Das Olli in seinen Schoß so über sie spricht, kommentiert die Ex von Ralf Schumacher, 48, so. Wenn du Oliver Pocher dartest, musst du mit den Konsequenzen rechnen. Dennoch hoffe sie auf eine Aussprache mit dem Comedian. Natürlich wird es bald ein klärendes Gespräch geben, das ich hoffentlich unter vier Augen führen kann, und nicht in seinem Podcast. Runde Klammer, Runde Klammer. Der Kerl hat einfach übertrieben. Gemeldet hätte sich der 45-Jährige bislang nicht bei ihr. Auch Post vom Anwalt hätte sie nicht erhalten. Er hat mir bisher nicht geschrieben. Vielleicht traut er sich nicht. Von Anwälten habe ich bisher auch keine Post erhalten. Ich kenne ihn schon lange und kleine Männer haben oft ein Problem mit ihrem Ego. Vielleicht braucht er mal meine starke Schulter. Und dann verriet sie noch ein pikanteres Detail. Olli ist ein hervorragender Liebhaber. Ich sehe der Sache positiv entgegen. Damit meine ich keine Glücksgekse, sondern echte Liebe. Ich bin überzeugt, dass Olli ein gutes Herz und einen reinen Kern hat. Offiziell hat Oliver Pocher allerdings bis heute nicht wirklich Stellung bezogen. In seiner Instagram-Story kündigte er an, das Thema in seinem Podcast die Pochers. Frisch recycelt noch einmal aufgreifen zu wollen. Frisch glyfos chicken Ton 20 22 Untertitelung des ZDF, 2020